Schön, dass ich mit dem Auto wieder ausgestiegen bin aus dem Flugzeug. Das war sehr gut. Wie so eine Fähre, quasi nur im Flugzeug drin. Was war das da gerade? Waren da gerade nur irgendwelche komischen Striche zu zwingen, aber ich habe das alles falsch gesehen. Auf jeden Fall, es wird endlich Zeit, all den Müll, den ich momentan nicht brauche, wegzulegen. Das geht gar nicht, ey. Legt es alles weg. Guck mal, ich wollte nicht mal das da eigentlich. Legt es alles weg, bitte, ey. Ich brauche Platz. Ich brauche Platz, ey. Das kann man immer auch überbrauchen. Also, okay, also ein bisschen haben wir bloß. Ein bisschen haben wir weg hier. Also, sehr gut. Ich habe durch den Typen gelaufen, aber ich habe jemanden durchgeschickt nicht mehr an und so. War das wahrscheinlich bloß eine offizie Täuschung. Und ich war einfach so doof, richtig hinzugucken. Das kann auch sein. Ja, hier legen wir uns noch zwei Sternstaubgut an. Jetzt habe ich den Satz irgendwie geritten können. Das fand ich sehr gut. Und dann wird es auch schon Zeit, dass wir die nächste Arena machen. All zu lange hatten wir nicht Pause. Die nächste Arena ist nämlich schon direkt dort oben. Und wir dürfen am besten machen. Also, ich würde echt sagen, kann ich das am Anfang machen, denn der ist noch am niedrigsten von allen, die gut attacken haben. Ja, ja. Stamm. Die Türen sind nach Metall genannt. Titaniumraum. Ich gehe einfach überall hin und da war wieder schon der Grafik vielerraum. Hey! Jetzt kommen die Ritter mal mehr zum Einsatz. Das stimmt, hier passen wir eigentlich ziemlich gut rein. Das ist aber vielleicht eine etwas komische Aufmachung. Aber auch nicht so verkehrt. Ja, das ist jetzt ein Rheinland-Stahl-Typ. Von daher ist das nur normaler Schaden. Ich habe fast schon das Gefühl, dass Stäbchen hier wieder sehr gut sein wird. Ich weiß gar nicht, warum. Aber das geht ja auch immer hier. Das geht doch. Die Hälfte haben wir hier gemacht. Und es ist gut, dass Watergun auch so ein schneller Angriff ist, der nicht ewig braucht, bis die Animation durch ist. Ich möchte trotzdem nicht, dass du mich mit Füßen trittst. Für den Maßen des Wortes. Das kannst du bitte hübsch unterlassen. Oh, es macht auch immer zu 20 Schaden. Aber wenn du jetzt noch einmal zum Angriff kommst, dann wäre ich weg. Aber so war es ja nicht. Ich hätte noch Tränke einkaufen wollen, fällt mir gerade ein. Ich könnte fast schon wieder rausgeben. Ich kann jetzt in der Zwischenzeit auf Stäbchen switchen. Weil beide jetzt noch 27 sind. Tja, jetzt ist Spinat derjenige, der nicht mehr hinterherkommt mit dem Rest. So kann es gehen, ne? In jeder neuen Station kommt ein anderes Pokémon mit dem Level nicht hinterher. Wobei es in der Anteil auch daran liegt, dass ich wirklich nicht so schöne Entscheide betroffen habe, das Heat dann rauszunehmen. Man wird sehen, was uns das bringt. Alumound. Hm, oh my god. Ja, stimmt, die setzen jetzt in jedem Raum andere Items ein. Is shrouded in mist. Macitude 5. Eieieiei, das ist sogar effektiv. Ich glaube, die Arena wird deutlich schwieriger als die Geisterregner. Puh, das wird kein einfaches Vergnügen. Vor allem, weil die Level ja auch höher sind. Gut, das war in der Geisterregner auch der Fall. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine an. Es ist halt ein Typ, der relativ stark ist. Und es ist auch noch vom Level eben höher. Also, cool. Oh, was stand der ganze Stain ist irgendwas. Ich finde es in diesem Ort ganz cool, dass diese Muster auf dem Boden immer anders sind, oder war das im Original auch so. Und ich habe dann die noch geachtet. Und ich habe dann noch mehr an, aber das stimmt, das sind ja immer noch die identischen Pokémonten. Ja, nur mit anderen Items. Die Fan, das bringt ja gar nichts. Weil ich speziell angreife und du deine physische Verteidigung angreifst. Apropos, wenn wir schon mal über dieses Thema reden. In der Geister-Arena hat mich ja dieser Geister-Klumpen-Angriff getroffen und meine Spezialverteidigung gesenkt. Und das wusste ich auch. Ich habe das auch sogar im Video gesagt, als ich meinte, dann ist wahrscheinlich ein anderer Wert gesenkt. Beziehungsweise, ja. Ich meinte, ich meinte das schon so, dass die... Dass es eben ein physischer Angriff war. Aber offensichtlich habe ich es nicht ganz genau erklärt, denn jemand meinte, oh, ist dann wohl doch ein... Fühle ich an dem Wiesen-Eggesacker. Ich rede da viel zu lang drüber. Ich denke, man weiß trotzdem, was gemeint war. Also, dass Spukballen einen anderen Effekt hatte. Moment mal, mir fährt gerade erst auf. Das wird wohl die Weiterentwicklung von Drilly sein, mit der ich hier gerade Bekanntschaft habe. Moment, was ist denn der Ruf? Ich muss mir den Ruf nochmal. Oh, jetzt ergibt alles einen Sinn. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Ich schimmel mal den Ruf nochmal an. Das ist nicht der Ruf von Diktor, was nader ich. Das ist der Ruf von Stolunio und Stolra war das jetzt gerade. Jetzt ist das alles... Jetzt ergibt alles einen Sinn, ey. Ja, der ist es nicht existent. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was dann das Entwicklungslevel ist. Wenn da irgendwas zu meinen, der weiß ich. Ich will jetzt eigentlich noch nicht rausgehen. Ich bin der Aluminium-Trainer, das klingt nicht sehr gefährlich. Ja, der Titanium klingt schon irgendwie nach einer gewissen Macht. Aber hier, ich bin der Aluminium-Trainer hier. Hüte dich von meiner Alufolie, mit der ich dich einwickeln und ersticken werde. Das war alles andere als herausragend. Aber was ist denn mit der Warte-Tag? Das ist schon wesentlich besser. Ich möchte noch Silberschaden machen, ja. Wow! Oh nein! Oh nein! Das ist ja so eine blöde Situation. Das reicht doch nicht, oder? Das reicht doch nicht. Oh nein! Nein, das ist ein Doppel-Karob-Prozess. Ein Doppel-Karob! Oh Mann! Tja. Das waren dann wohl verschwendete EP. So war ich denn jetzt noch nicht drin im Einzelnen. Gehen planen, obwohl es kann eigentlich auch wieder deiner voran ist, wo alle auf 28 Rücke sind. Du warst auf jeden Fall schon mal da unten ein Eingang ist. Ja, ja, der Aluminium-Ruggen, ja, ja, toll. Keine Ahnung, wenn ich schon mal war, ich möchte es nicht sehen. Aber erst mal sowieso ein und dreckig kaufen. Mein Ei, mein Ei, mein Ei, mein Ei schlipft, mein Ei schlipft. Oh, wow, es ist... Du bist das! Ich bin nicht gerade begeistert. Ne. Ich will ja, erst mal schauen, was es für einen Eintrag hat. Wenn ich wüsste, wo es ist, wäre es auf wesentlich einfacher jetzt zu schauen. Wo ist es? Ah, da. Ach, ist so. Das ist, ist so? Hm. Ja, ganz toll. Ne, will ich gar nicht was haben. Dann können wir jetzt wieder am Platz reinmachen für ein neues Teammitglied. Und dann müsste ich wieder ein Summenländer, ne? Warum, eigentlich noch mal eine Pumpe? Komm, erstmal hier. Weg mit dir. Mit dem schönsten Sprite an sich, aber der Regalierung. Und neu ins Team kommt... So, hier war ich noch nicht schon, ne? Ah, ich glaube, ein zweiter Mal schon drin. Auch hier war ich noch nicht drin. Mit dem Ausrufezeichen. Ich frage sich ja nicht, ne? Was hat der Neues in meinem Team gepackt? Aber das bleibt noch ein Geheimnis. An sich mal dazu kommt, dass es zu zeigen... Okay, Magnitude. Erster Einsatz für Magnitude. Habe ich vielleicht Glück, oder? Das ist so nur eine Zeh. Das ist eine Sieben. Ich habe aber nur sieben. Ah, wieder 1,5. Das muss auch mal wieder sein. Jetzt vielleicht noch eine Sieben. Okay. Dein ist so weiß, was man braucht. Das hat doch super geklappt. Ne, ne, ne. Und das reicht auch für der Neues in meinem Team. Kaum ist dein und so wieder dabei, schon mehr Level 8, ne? Das ist so. Jetzt hoffe ich mal, dass ich überall war. Ich denke schon. Ja, da sind zwei Türen drin. Ach, Lead Room war noch nicht. Ne, da war ich garantiert noch nicht drin. Beziehungsweise habe ich noch nicht gemacht. Weil ich anfangs dachte, Lead heißt sowas wie Führung. Also, dass das erinnert da ist. Dann wird das hier der Letzte sein. Und wenn nicht, ist mir auch egal. Nochmal mit Stolrak. Ich hätte zwar gerne die Weiterentwicklung von Rilly vorher gesehen, bevor ich hier in den Gegnerrennen mit dem, aber was soll's. Kann halt nicht immer so klappen. Es hat aber noch eine Weiterentwicklung, nämlich Stolos. Von daher, eine Chance haben wir dann noch. Weil ich sagen muss, dass Rilly sich gern schön das Negative verändert hat bei dieser Entwicklung. Wow. Hat ein Item eingesetzt, was Volltreppe erhöht? Ich weiß nicht, was er für ein Item benutzt hat vorher. Das hätte, das würde es uns auf jeden Fall klären, warum ich so viel gerade abgekommen habe. Lead Lost? Ja, Lead Lost. Schön, dass du bloß noch zwei Wörter sagen kannst. Vor Textbox. Moment, einen, ich bin noch über den Wörter, was du gesagt hast. Danke, dass ich darf. Ich hab das Gefühl, dass das nicht einfach wird. Ich hab definitiv das Gefühl, dass das schwierig werden könnte. Äh, ja, Superfuscht. 20 übrigens, ne? Oh, da sehen wir das neue Pokémon, welchen Mal, wenn ich das viel habe hier in diesem DOS-Menü. So, wer ist es drin? Es ist ein Drachen-Pokémon und es hat auch ein Item, nämlich die Black Glasses, die Unichtintacken erhöhen, weil es auch solle nicht Attacken hat. Bin sehr gespannt, ob es sich behaupten wird. Aber momentan ist es noch nicht dran. Oh, Deal. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass du wahrscheinlich stark finden wirst. Das ist mein Problem.